Und wenn es schon neu im Katalog hier bei PörTV heißt, dann geht es immer um Produkte, worauf wir uns eigentlich so richtig freuen. Und auf das Produkt freuen wir uns richtig, weil es ist das Titelprodukt des neuen Pörl-Katalogs und jetzt endlich auch hier für Sie erhältlich. Und wir sprechen hier von einem 3-in-1-Akuzyklon-Staubsauger. In meinen Augen ist der total falsch benannt worden. Denn das ist ein Alleskönner, wenn es um die Bodenarbeit geht, beziehungsweise auch um die Bodenpflege. Und was er alles kann, das zeigt uns heute Anne-Kathrin. Lass uns doch einfach mal das Produktmanagement des Kataloges anschreiben und schreiben, diese... Alleskönner bitte, ja. Bitte Alleskönner, ich bin auch dafür. Ich kann das so nur bestätigen, denn das ist ein Highlight, was wir Ihnen hier heute für den Preis anbieten dürfen. Sie sehen schon, haben Sie diesen Handgriff gesehen? Dieser Handgriff ist demnächst bei Ihnen zu Hause. Egal wann, wo Schmutz ist, Schmutz in jeglicher Form, egal wo, dann machen Sie nur noch diesen Handgriff. Weil der ist immer einsatzbereit. Der hängt nämlich an einer Wandhalterung. Die gibt es für Sie gratis mit nach Hause. Es ist alles, was Sie dafür heute brauchen, um Ihren Fußboden, um den Teppich, um das Sofa sauber zu bekommen, ist alles mit dabei. Aber natürlich soll sich heute nicht nur alles um diese wahnsinnig tolle Wandhalterung drehen, sondern hierum um unseren akkubetriebenen Handstaubsauger und Bodenstaubsauger und sogar ein Geheimnis, ein Bodenwischer. Und das ist wirklich, ich hatte dir ja mal gesagt oder auch Ihnen vielleicht, liebe Zuschauer, ich nenne den immer intern die eierlegende Wollmilchsau. Denn der kann einfach alles. Der bekommt Ihren Boden wirklich sauber hin durch seine ultra starke Zyklontechnologie. Und der nimmt nahezu jeden Schmutz von Ihrem Fußboden herunter. Schauen Sie mal, hier im Akkubetrieb, kabellos, kann ich jetzt überall saugen, wo ich das möchte, ob das auf meinem Parkett ist oder ob das hier auf meinem hochflorigen Teppichboden ist. Und sehen Sie, wie sich die Fasern hier wieder aufrichten, wie die sich wieder aufstellen. Dafür sorgt natürlich auch hier unsere motorbetriebene Bürste. Das ist immer so ein bisschen wie die Waschanlage, wie eine ganz sanfte Waschanlage für Ihren Boden. Die rotiert und wirbelt hier so vor sich hin und zieht den Schmutz förmlich aus Ihrem Polstermöbeln heraus. Und sogar unterm Sofa kann ich sehr gut saugen, denn wir haben hier die kleine LED integriert. Und schauen Sie sich jetzt auch mal das Knickgelenk an. Damit komme ich um die Ecken, unter ein Sofa, unter natürlich auch mal so einem Tisch. Schauen Sie mal hier, ich sauge jetzt hier unter meinem Tisch, ohne dass ich den Tisch aber vorziehen muss. Ja, und das ist natürlich eine enorme Erleichterung. Und apropos leicht, der ist auch ein Fliegengewicht. Können Sie das mit Ihrem großen Staubsauger machen? Oh, ja, kann man meistens nicht, aber genau, schauen Sie sich das mal, was hier drin ist. Das ist so ein bisschen, naja, das ist halt ein Teppichboden. Ja, aber das sieht man ja auch mit dem bloßen Auge nicht. Aber da sieht man auch mal, was der für eine Kraft hat, was der hier herausgezogen hat. Schnell Themawechsel. Aber Sie können den jetzt natürlich auch umfunktionieren mit einem Handgriff. Schauen Sie mal, hier gibt es so Knöpfe. Und wenn Sie da jetzt draufdrücken, kann ich ihn ruckzuck zu einem Handstaubsauger umfunktionieren. Denn Sie bekommen hier zum Beispiel den praktischen Aufsatz mit dazu. Einmal hier die Fugendüse, zum Beispiel für Polstermöbel, um die mal abzusaugen. Aber Sie haben das gesehen, hier einmal hochschieben. Und dann habe ich hier auch diese praktische Polsterdüse. Wenn Sie zum Beispiel auch mal Polstermöbel absaugen wollen, wo vielleicht auch die Hunde die Tiere draufgespielt haben. Oder wir Frauen mit den langen Haaren. Ist das super praktisch, um zum Beispiel auch mal Polstermöbel abzusaugen. Aber auch mal um Stufen und Treppen abzusaugen. Auch das ist hier natürlich möglich. Indem Sie einfach diesen regulären Bodenaufsatz dann drauf machen. Auch das finde ich ganz toll. Schauen Sie mal, das kann man hier einfach draufstecken. Sie sehen, das klickt dann nochmal einmal. Klick. So, Achtung. Ich muss es nochmal kurz so rumhalten. So, klick. Und dann können Sie zum Beispiel auch mal eine Treppe absaugen. Ja, wenn man da so Treppenaufgänge hat, wenn man über mehrere Etagen wohnt. Und schauen Sie, ich mache das immer noch mit einer Hand. Also der ist auch immer noch nicht schwer. Ich kriege das die ganze Zeit mit einer Hand hin. Aber jetzt kommt die Revolution. Und das ist für diesen Preis normalerweise nicht möglich, was ich Ihnen jetzt zeige. Also hier einmal klicken, den Aufsatz abnehmen. Und jetzt nehme ich mir hier mein Staubsaugerrohr wieder her. Klicke ist einmal dran. Mache jetzt aber hier vorne den Aufsatz genau einmal ab. So, und gucken Sie mal, was Sie noch mit nach Hause bekommen. Hier, das ist ein eingebauter Wassertank. Den bekommen Sie heute gratis von uns noch mitgeschenkt. Der ist für Sie mit dabei. Und jetzt Achtung, was jetzt passiert. Jetzt stecke ich hier mein Staubsaugerrohr nur einmal drauf. Klick. Ich habe mich dafür nicht mehr mehr gebückt. Ja, also das habe ich alles im Stehen gemacht. Und jetzt schauen Sie, was jetzt passiert. Jetzt kann ich gleichzeitig saugen und wischen. Und das ist ein Knaller. Das müssen Sie erlebt haben. Und nicht nur saugen und wischen, sondern der poliert gleichzeitig auch noch. Das sehen Sie hier an diesen rotierenden Pads. Und das macht er jetzt alles hier in einem Arbeitsschritt. Und das ist doch mal genial. Also das habe ich so noch nie gesehen. Und der Staubsauger, der arbeitet gleichzeitig noch. Das heißt, normalerweise, wenn man wischt, dann hat man ja immer das Problem, man muss erst mal saugen. Erst mal diesen groben Schmutz wegsaugen. Und danach kann man wischen. Aber hier machen Sie jetzt alles in einem Arbeitsschritt. Und das ist natürlich genial, oder? Ja, das ist super genial. Vor allem er poliert, er wischt, er saugt. Und das eben nicht nur als Boden, sondern auch als Handstaubsauger. Und das alles in einem Gerät. Sie brauchen nicht mehr vier verschiedene Geräte, sondern Sie haben jetzt hier ein Gerät, was vier verschiedene Funktionen hat. Vor allem Akkubetrieben. Sie haben keine Beutel mehr, die Sie kaufen müssen. Denn dank Zyklontechnologie saugen ohne Beutel und so eben auch ohne Zusatzkosten. Sie sind vollkommen flexibel, können ihn überall mit einsetzen. Und der größte Vorteil ist ganz klar der Preis. Wir kommen hier von einer unverbindlichen Preisentwicklung des Herstellers von knapp 350 Euro. Wir bieten es Ihnen jetzt für unglaubliche 141,61 Euro an. Mit der NX 7082 und der 569 müssen Sie aber wirklich schnell sein. Denn gerade die Titelprodukte, die sind immer so stark begrenzt beziehungsweise auch so stark begehrt. Und ich verstehe auch natürlich ganz klar, der ist natürlich auch einfach super einsetzbar. Ich muss Ihnen ganz ehrlich eins sagen, ich habe zu Hause auch einen Zyklonstaubsauger. Und wir haben einen sehr, sehr teuren, normalen Bodenstaubsauger noch mit Kabel und alles. Der verstaubt wirklich im Dachboden beziehungsweise im Abstellraum. Weil das ist so. Ein Zyklonstaubsauger wird Ihren normalen Staubsauger ersetzen. Und Sie haben eine absolute Grundsauberkeit. Weil früher hat man mal schnell die Kehrschaufel oder das Kerblech genommen. Jetzt macht man das einfach und saugt es einfach mal weg. Das ist der Hammer, oder? Das ist so genial. Man saugt und wischt viel schneller mal durch. Und wenn man fertig ist, ausschalten. Und dann einfach wieder hier an die dafür vorgesehene Wandhalterung hängen. Und das ist wirklich ein Knaller. Der saugt übrigens in zwei verschiedenen Modi. Einmal den ultra kraftvollen Modus und dann den sparsamen Economy-Modus. Den kraftvollen Modus empfehle ich immer gerne gerade so für hochflorigen Teppich. Und er arbeitet mit einer Zyklontechnologie. Das heißt, leistungsstark, sehr, sehr kraftvoll. Nimmt er den Schmutz aus Teppichböden beispielsweise heraus. Aber eben nicht nur Teppichböden, sondern alle Bodenarten. Alle, auch Fliesen, Parkett, PVC, Laminat. Das nimmt er alles spielend einfach hin. Und das ist so genial. Und alles, was Sie dafür brauchen, bekommen Sie ja mit. Schauen Sie, Sie haben nicht nur den Wischaufsatz, sondern gleichzeitig auch noch die Mikrofasertücher mit dabei. Das ist alles mit dabei. Und nochmal, das ist ein Handgriff. Dann schauen Sie, dann stecke ich das hier nur ein einziges Mal drauf. Zack, ohne dass ich mich gebückt habe. Und dann kann ich schon wieder loslegen mit Saugen. Sofort einfach einsatzbereit. Dank der Wandhalterung. Immer für Sie sofort griffbereit. So geht in meinen Augen Haushalt heute. Und ich glaube, den möchten Sie auch haben. Denn Sie sollten jetzt schnell sein, wenn Sie ihn sich sichern möchten, mit der NX 7082 und der 569. Das gesamte Zubehör automatisch mit für Sie dabei. Das ist nicht wie bei anderen Herstellern. Da muss man das Zubehör extra kaufen. Nein, wir schnüren Ihnen ein XL-Paket. Sie machen jetzt alles richtig und greifen ganz schnell zum Telefonhörer. Wählen die 0180, 51, 51 und dreimal die 2. Und bestellen bitte die NX 7082 und die 569. Ganz wichtig, 569. Nur damit sichern Sie sich unsere exklusiven TV-Sonderpreise. Und dann würde ich sagen, Anne lässt mal noch hier ein bisschen Staub saugen. Und Sie gehen schnell zum Telefonhörer. Viel Spaß damit. Bis zum nächsten Mal.